In diesem Video stelle ich dir die 10 Regeln vor, die mir täglich zu erfolgen in allen Lebensbereichen helfen. Viel Spaß! Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vor 3 Jahren bin ich auf die Idee gekommen, einfache Regeln für mein Leben zu entwickeln. Auf diese Weise, und dieses Konzept hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt, kann ich Entscheidungen sehr schnell treffen, die einfach auf meinen Regeln beruhen und die mich so sehr, sehr zügig zum Erfolg führen. Und meine 10 besten Regeln, meine wichtigsten Regeln für den Erfolg, die werde ich dir heute vorstellen. Regel 1, ich stehe sofort auf. Das Wort sofort wirst du in meinen Regeln sehr oft wiederfinden, denn es gehört zum Instant-Konzept. Das ist ein Konzept, das ich mit meinem Freund Chris entwickelt habe. Und es besagt letztlich, dass du Dinge sofort machst, ohne lange darüber nachzudenken. Wenn du am Morgen aufwachst, du wartest nicht, du denkst nicht darüber nach, warum du nicht aufstehen willst, sondern sofort, instant, stehst du auf und startest durch. Du guckst die Snooze-Taste nicht an, der Wecker wird ausgemacht, du stehst auf und startest erfolgreich in den Tag. Sofort. Regel 2, ich gehe an 6 Tagen in der Woche früh schlafen, schlafe 8 Stunden und stehe früh auf. Nur wenn du ordentlich regenerierst, wirst du auch die Power haben, Erfolge zu erzielen. Und dabei spielt der Schlaf eine entscheidend wichtige Rolle. Aus diesem Grund geh früh schlafen, schlaf 8 Stunden und stehe dann direkt wieder früh auf. Das ist ein ganz entscheidend wichtiger Punkt, denn am Abend wird nichts mehr besonders passieren. Deine Produktivität lässt nach, du fängst an zu chatten. Nimm diese Zeit, die du normalerweise in Chats und dergleichen, was dich nicht weiterbringt, investierst und pack sie und bring sie an den nächsten Morgen. Und steck da lieber Aufgaben rein, die dich weiterbringen und die dich deinen Zielen näher bringen. Regel 3, ich ernähre mich an 6,6 Tagen in der Woche gesund. Nur wenn du deinen Körper optimal mit Nährstoffen versorgst, wirst du Bestleistung erbringen können. Ernähre dich die ganze Woche über gesund, am besten vegan, ausreichend Kohlenhydrate, Protein, Fats und dann am Samstagabend kannst du einen Cheatmeal machen. Du kannst dir einen Cheatabend geben, so mache ich das immer und da esse ich einfach, worauf ich Lust habe. Und das ist ein sehr schönes Konzept, welches dir immer noch ermöglicht, auch anderes Essen zu genießen, aber du bist durchgehend gesund unterwegs und wirst so Bestleistung erbringen. Regel 4, ich treibe an 6 Tagen in der Woche Sport. Sport ist ein entscheidend wichtiger Ausgleich zur Arbeit und natürlich auch zum Lernen. Aus diesem Grund ganz wichtig, versuch täglich Sport zu treiben. Nicht versuchen, das ist der entscheidende Punkt. Nicht versuchen, sondern machen. Setz es dir als Gesetz, täglich an 6 Tagen in der Woche Sport zu machen. Egal was kommt, es ist auch egal welche Sportart, Hauptsache du ziehst es durch. Und wenn es zu Hause Yoga ist, ziehst du es durch an 6 Tagen in der Woche und am Sonntag machst du dann eine Pause. Regel 5, ich meditiere täglich für mindestens 10 Minuten. Meditation ist der Schlüssel für mehr Konzentration, die Kontrolle über deinen Verstand und natürlich auch runter zu kommen, wenn du mal wirklich hochgefahren bist von der Arbeit und vom Lernen. Aus diesem Grund setz es dir als Regel, als Gesetz, dass du täglich mindestens 10 Minuten meditierst. Es ist egal wann, Hauptsache du machst es. Regel 6, ich schreibe täglich in meinen Erfolgsjournal. Reflektiere deinen Tag und deine Erfolge täglich mit Hilfe des Erfolgsjournals. Dazu habe ich ein Video angefertigt, das findest du hier oben. Ganz entscheidend wichtig, visualisiere auch direkt im Anschluss daran deinen nächsten Tag, deine Task. Trag sie direkt bei Wunderlist ein. Was willst du am nächsten Tag machen, was sind die Gewohnheiten, die du durchziehst, die Abläufe. Visualisiere alles, sodass du am nächsten Tag direkt von Anfang an smooth in den Tag standen kannst, im Flow bist und so deine Erfolge hast. Regel 7, ich behandle jeden Menschen respektvoll und vermeide Streit. Streit kann niemals zu einem positiven Outcome führen. Mach es dir zur Gewohnheit, Streit sofort zu vermeiden und noch Lösungen zu finden, wenn ein Konflikt auftritt. Aber lass dich niemals auf Streit ein, denn letztlich kann dieser dir nur Energie rauben und dich nicht weiterbringen. Dasselbe gilt auch in Kommentaren. Nimm dir keine Zeit irgendwie zu diskutieren in den Kommentaren. Es wird dich nicht weiterbringen. Konzentrier dich auf deine Ziele und nicht auf negative Menschen, die dir Energie rauben. Regel 8, ich akzeptiere Herausforderungen sofort und suche nach Lösungen. Egal, welche Herausforderungen dir das Leben bietet, akzeptiere diese Herausforderungen sofort. Reg dich nicht darüber auf, dadurch verlierst du nur Energie. Denk sofort nach, wie kann ich dieses Problem, diese Herausforderungen lösen und so weiter voranschreiten auf dem Weg zu meinen Zielen. Reg dich nicht auf, finde Lösungen. Regel 9, ich erledige jede Aufgabe Swim. Je länger du darüber nachdenkst, ob du eine Aufgabe machen solltest, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Aufgabe machst. Aus diesem Grund mach es dir zur Gewohnheit. Nimm diese Regel an und integriere sie in dein Leben, dass du sofort, nachdem du eine Aufgabe geplant hast, nachdem du ein Ziel hast, in diese Aufgabe startest, durchstartest und diese Aufgabe durchziehst, bis du dein Ziel erreicht hast. Swim steht für so schnell wie irgend möglich. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept, das du in dein Leben einbauen solltest. Nicht drüber nachdenken, planen, machen. Regel 10 und das ist die wichtigste Regel von allen, ich gebe nicht auf, bis ich mein Ziel erreicht habe. Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, das dir wichtig ist, dann gib nicht auf, bis du dieses Ziel erreicht hast. Egal, wie schwer es ist, egal, wie viele Herausforderungen dir das Leben bietet in dieser Zeit. Du gibst nicht auf, du ziehst weiter durch, bis du als Champion dein Ziel erreichst. Wenn du dich wöchentlich und täglich an diese 10 Regeln hältst, wirst du garantiert Erfolg haben. Denn jede Regel fungiert in Symbiose mit den anderen Regeln. Sei es das Erfolgsjournal, direkt das Reflektieren, die Planung für den nächsten Tag, dass du nicht aufgibst, bis du dein Ziel erreicht hast. Am Tag stehst du schon früh auf. Jede Regel fungiert mit den anderen Regeln zusammen und bringt dich zu deinem Erfolg. Das ist der entscheidend wichtige Punkt. Und ich habe es extra diesmal nicht Gewohnheiten genannt. Warum? Es ist mehr als eine Gewohnheit. Es ist eine Regel. Und das ist der Grund, genau das ist der Grund, warum die meisten Menschen diese Gewohnheiten nicht durchziehen. Weil es nur Gewohnheiten sind. Es ist aber mehr. Und das ist der Grund, warum ich es in meiner Schulzeit und auch jetzt immer durchgezogen habe. Egal, ob ich jetzt in Portugal bin, ich ziehe es trotzdem durch. Immer und überall. Warum? Weil es eine Regel ist. Es ist ein Gesetz meines Lebens an sechs Tagen in der Woche, so wie heute Morgen, auch wenn die Sonne knallt, auch wenn da ein Pool ist. Ich stehe trotzdem um fünf Uhr auf und mache meinen Kram. Raise your standards. Setz dir das Ziel, diese Regeln in dein Leben zu integrieren. Und ich verspreche dir, du wirst garantiert Erfolg haben. Es ist auch letztlich vollkommen egal, mit was du deine Arbeitszeit füllst, mit welchem Ziel. Egal, ob du ein Top-Abitur erzielen willst, dein eigenes Business aufbauen willst, eine Ausbildung machen willst. Sobald du dieses Konstrukt in dein Leben integriert hast, hast du eine Arbeitszeit in diesem Konstrukt. Und dort kannst du pushen, dort kannst du Gas geben. Aber du lebst gesund, du lebst erfolgreich, weil du eben dieses Konstrukt hast, das aus Regeln besteht. Fang heute noch damit an, diese zehn Regeln in dein Leben zu integrieren. Und ich verspreche dir, dass dein Leben schon nächste Woche noch positiver aussehen wird. Wenn du jetzt richtig durchstarten willst, dann sichere dir mein kostenloses Fünf-Schritte-E-Mail-Coaching für Bestnoten. Den Link dazu findest du hier. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Erfolgscoach Joe. Bis dahin, dein Erfolgscoach Joe. Vielen Dank.